und es hallo ich beobachte dich schon seit einiger Zeit Kiki ich heiße Blunder doch keine Ahnung du meinst also du findest alles in diesem Spiel dabei kannst du doch nicht mal an die verlorene Welt ups jetzt hab ich mich wohl verplappert haha was ist das wie geht da rein erlaubt uns da irgendwie so eine scheiße von der verlorenen Welt und danach ich glaube jetzt können wir da oben zu dieser komischen Bucht da weil jetzt mehr drei haben wir drei Welten durch nein zwei vielleicht können wir trotzdem dahin ja gehen wir an die Bucht da so denn hier war so ein geheimer Gang oder so Don'ty Beach das war so ein komisches Spiel das musste ich ja aber ich weiß gar nicht wo hier A ist und wo Y ist ach das ist Simon Cess ja das war schon ich weiß nicht wo A ist bei mir und B kein Mann Alter dann musst du ausprobieren ey ne weck mich mach ich nicht doch wir müssen da lang was willst du sonst machen ich such den Boss im Wasser hallo 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 ein wildes Tentacher ist aufgenaucht hallo da gebe ich erstmal Minuspunkte vollgeklopfte Pokémon ja Y 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 okay hier fliegst in alles rein muss ja bei jedem pfeiler macht er dieses geräusch dass es nicht offen wird bei mir nein jetzt vergessen genau darauf bin ich auch ein bonus pass besiege alle gegner und stets überhaupt das ist schon verloren ja also du leckst ganz leicht aber ganz leicht ich bin gesprung ich bin gesprungen leck mich fett da ich der wörter bei der bewerber ich die xie okay es aber das level glaube das level wird jetzt schlimm das glaube ich auch wir müssen es irgendwie wir müssen es mit acht leben und sich selber schaffen nur nach unten wenn du nach unten und spring drücken also das bringt er gar nicht mehr jaja so gut ich will auch springen wenn er die decke über sich hat alter 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 boah immer sehr seltsam so so zu du hast noch mal die chance alle gegner zu besiegen klar doch naja naja gut das hätte schlimmer sein können stell dir vor du hast eine dicke Nase und das nein nein du hast das die game pass vergessen million oh ne das level ich sehe schon ey das wird so schlimm ja also bei LorenLevel brauchst du mich echt nicht zu fragen also LorenLevel sind wirklich das schlimmste vom schlimmsten ganz ehrlich das ist ja das ist du musst es ja bloß auswendig lernen das ist es ja ja eigentlich schon bei diesen so verarschungs tricks naja 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 oh mein das war so schlecht hast du jemand der gerade bei hast du das gemacht das habe ich mich gerade auch gefragt ich habe eigentlich schon damit gerechnet dass ich tot bin aber das level ist doch scheiße anscheinend kann man oben doch noch ein bisschen nach oben springen aber anscheinend kann man oben noch ein bisschen nach oben springen ja so zieht ja als wenn der Ball oben ist dann ist er oben erzähl das den Kindern bei Harvard die geistig umnachten du musst das tun nein das vergisst man immer wieder ohne Mist das ist so jetzt besiegen wir aber alle Gegner erzähl den Kindern bei Harvard dass wenn der Ball oben ist ist er oben nicht vergessen drunter ja 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 nein das waren die letzten das waren die letzten ja gut immer wenn ich zwei verpasst und nicht nur den Elendig hast das du brauchst eine Reaktion wie ein Esel ohne Mist das ist unglaublich das das level ist so dumm es ist so dumm und nicht wie die Pärchenmarke weil ich schon vor der Hälfte so am failen nein nein ich hasse das level ey ja ich war noch nicht im Schutz nein ja du willst dann durch willst du einfach durchfliegen oder was nein das ist einfach abbreitet das ist trotzdem weiterkommt das ist so nervig das Level ganz ehrlich boah ich meine wir müssen dir nun Gegnern Wand hintereinander bauen wenn du ein Gegner rein fliegt dann bist du sofort tot weil der zweite dann in die Wand reinkracht fair nein der regt mich so auf wir machen das ja alles komisch was also auf den rauf den rauf runter dann auf den rauf dann wieder runter ey wo war ich denn dann das sehe ich echt nicht ein ja runter 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 ja nein 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 ok so weit war wir noch nie doch waren wir schon gleich kommt ja 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 nein 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 der Wigelpunkt Mann Wigelpunkt der Wigelpunkt ist total hart nicht ein egal wir schaffen das jetzt wir schaffen das durch ja pass auf wir schaffen das ja ok alles setzt auf dich es leckt 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 nein es leckt es leckt war zu dieser Mittelpunkt er hat er hat fast den Mittelpunkt das Spiel kann mich einfach nur noch weg mit dem Scheiß Level ich glaub's nicht Alter das ist so einfach schnallhart über Mittelpunkt gesprungen 1,30 Münzen Alter jetzt können wir sogar schon den Spiegel kaufen ich hab's geschafft ich weiß nicht, meine Reaktion war ganz gut aber dann hat's angefangen zu lägen das passiert immer komm irgendwo hier müsste der Mittelpunkt kommen immer bei dem immer bei dem vom Mittelpunkt und hast knallhart gestartet wir haben nur noch 4 Leben oder so, oder? 5 wir sammeln doch fast immer die ganze Zeit Leben ein naja Bananen Bananen! der kann Bananen! oh Gott, das ist mein Deck ist mal langsamer, kann das sein? ja, ich weiß eilala wir haben schon wieder 6 Leben als mein Leben mangelt's echt nicht so, haben wir hier genug Bananen das ist ganz gut außer dass wir das Bonus fassen nicht haben na, na, oah oh, wir haben jetzt wir haben es geschafft zu sehen wir sind kalt ab dem Meer das war mehr als knapp das ist das, das war... ja... gleich kommen diese Stellen ja... das ist ja mal der ich weiß nur wo hier ein Bonusfass ist, ne? Nein! Oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet In der Next habe ich gesehen wo ein Bonusfass ist, weil du bei dir in deinem unsichtbares Bonusfass reingefahren bist, aber doch nicht irgendwie hehehehe ich werde mal gucken, wenn ich überhaupt mal so weit komme. Ne, ich lass es einfach sein Ja, würde ich auch sagen Obwohl man dann... Damit kann man schon eine Menge skippen, wenn man es hinkriegt, aber... Kommt drauf, wo an manchen mit manchen skippst du gar nix Nein... Ja... Äh... Das war zu jemisch gedrückt Alter, ich will zum nächsten Speicherpunkt, ich... Oh Gott, dieses Level Dieses Level Das ist so schlimm Das sah wirklich etwas unlogisch aus Alter... Natürlich war ich mit einem... Ja, warum war ja nie Käfers Alter ist das... Nein, Scheiß Bärenmarke Ah, genau, in dem einen Loch ist eine Banane Äh, und das dann das Secret Nein, ich hab doch, äh... Hab doch... Wir haben nur noch, wir leben Oh, vier kleinen... Geht es bei dir auch voll auf die Augen? Ja, das ist richtig schlimm Irgendwie nicht so wirklich... Es nervt... Also ich finde es richtig schlimm Also wenn es ein bisschen langsamer wäre, wäre es okay Aber es ist genau so ab der... Schmerzgrenze Schmerzen... Sozusagen Schmerzen erleiden Oh Gott... Oh Gott... Ja, jetzt wurde es gesagt, dass tut es mir so weh Das scheitert... Super, nein, ich vergesse ihn immer Ich vergesse ihn immer Hey, ja, natürlich! Das ist so dumm, das Level Das ist so dumm, das Level Das ist so dumm, das Level Also was von Unverwundbarkeitszeit haben die noch nicht viel gehört Hey, das ist echt so... Das ist total schlimm, ganz ehrlich Donkey Kong Country 3, No Constancy Ohne... Ohne... Es gibt sogar, es gibt sogar, als Donkey Kong, ne Da hat jemand Donkey Kong Country begegnet Und das ist richtig krank Das ist Donkey Kong Country 1 Aber nein, ich... Nein, jetzt sterbe ich schon wieder Es ist unglaublich Alter... Versuch bitte nicht an dieser Stelle zu sterben Das ist die dümmste Stelle, die ich jemals gesehen habe Nicht... Wenn, dann spring wenigstens ansatzweise, weil dann... Ja... Nein, das nein... Nein, wir haben noch kein Leben, alter Wir müssen uns zusammenreißen Das ist so dumm, das Level Also ich find's lustig Das Level tötet Kinder Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Da, da ist sie, du schaust das! Oh, Skiller Die Stelle ist eigentlich sau einfachig Verkack halt immer nur danach irgendwo Irgendwo, 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 muss man gucken In einem Loch ist ne Banane gewesen und dann kann man da rein Aber das war nicht in dem, das war ein bisschen wahr Ja, danke, es war ja auch keine Absicht da reinzugehen Okay, ja... Hm, ich wollte dich nur darauf nochmal hinweisen So ist... Danke... Ich probier's Du wüsste eigentlich mal die Käfers einsammeln, was da kommt Also ich, wenn du wieder stirbst vorher aber... Wenn du nicht stirbst, ist ja eh egal Das da aber... Naja... Pass auf diese komische Stelle wieder auf Kommt gleich... Jetzt... Boah... Ja... Runter, runter... Wow... Tier... Das schaffst du doch... Das gibt's doch... Was hätte ich da machen sollen? Komm, ich bin gesagt... Trinkli... Hast gleich... Verloren... Was hätte ich da machen sollen? Es ging nicht... Ich kann so aus der einen Grube raus... Komm, aber direkt in die andere... Das ist ein dumm Level... Das ist ohne Witzes dümmse Level... Ich meine ganz... Ganz ehrlich, hier kannst du dir sogar Steakay verspannen... Weil sobald einer drauf geht, ist der andere eh am Arsch... Jetzt hast du diese ganze random Scheiße hier... Wow... Lass... Mas kaputt... Ich bin Bananengeil... Äh... Ich bin so dumm in der Stelle... Da schaffst du's los... Also der Wagen war durch... Es tut mir leid, ich kann mich irgendwie nicht an diese Stelle erinnern... Weil die sind immer so ein Zeichen für mich... Da springst du jetzt rüber und nicht drauf... Weil das was dümmste wäre, was du jetzt tun würdest... Oh mein Gott... Also ich sehe dir immer die Bananen und denke mir... Oh mein Gott, da musst du drauf springen, weil der sind Bananen... Bananen... Ach, da unten war diese Banane da in dem Loch... Ja, ist egal... Einfach durch... Jetzt kommen gleich die miesen Stellen mit dem... Jetzt aber... Das war gut... Das war gut... Nein... Das war gut... Das war gut... Hier mal auf die andere Seite... Warte auf die andere Seite... Da kriegst du doch Ding ins... Genau... Und da brauchst du dieses Ding ins... Mach mal zurück und holst... Solange man nicht sterben kann, soll es mir recht sein... Hey, wie sollen wir denn da rüber... Schmeiß mal rüber und dann spring gleich hierher her oder so... Oder du... Genau... Und dann... Ups... Super... Die war falsch rum, oder? Ne, egal... Ohhhh... Wir haben's geschafft, Sozi... Jetzt häng dich da ran, du Lamm... Ich hab grad gedacht, ich hab das Spiel zum Hängen gebracht... Ja... Es bricht ab vom Ziel... Yes...